Uah! Shit! Nein, was ist denn los? Was zum Teufel? Leute, ich liege auf diesem Forensic-Zild. Forensic? Oh, try your dinner! Yo! Ich blocke den! Oh! Das ist nicht dein Scheiß! Das ist nicht dein Scheiß! Fuck! Hey, alle im Jahres und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Zusammen mit den Losers. Was war denn, Dicke? Bama, bama, bama! Hallo, ihr Lieben, seid ihr willkommen. Wir haben heute eine 99% Impossible Ultra-Hardcore-Bike-Race. Ich bin gespannt, wie die wird. Ich auch, Leute. Wir nehmen natürlich auch alle Aufzeiten. Checkt die Links in der Beschreibung ab. Die Map ist auch immer verlinkt bei den Losers. Und ich wette immer 10.000 auf mich, Leute. Mich lohnt auch nix. Oh, da hat jemand Dicke ein... Alter, ich hab in der letzten Map 10.000 auf mich gesetzt, wo ich letzter wurde. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird so eine Art Level Asian im European-Style. Okay. Ja? Ja. Alles klar. Was bedeutet das? Alter ist Todesstaat! Und dann aber der Todesstaat kaputt gemacht! Ins Wasser. Ins Wasser geflogen. Was ist das für eine Map? Und? Leute! Alter! Hä? Hä? So, wann haben wir hier jetzt? Was ist denn hier passiert? Was war noch beim Motorrad? Was ist denn hier passiert? Muss man da jetzt oben drauf oder? Nee! Rein! Man muss hier rein, Leute. Man muss hier rein. Was ist das denn? Ist das hier ein Latour-Ritten oder was? Ey! Die springen daneben, Alter. Nein, Dena! Was denn? Ey, ganz ehrlich, Dena hat sich so verändert. Am Anfang war er so ein Engel und jetzt ist er so ein Teufel und ein Dämon. Und er ist genauso wie Deko gewonnen. Deko? Ich? Ey, sagt der Teufel schlechthin, ne? Kev ist der teuflischste Mensch, der es überhaupt gibt. Der bösartigste, hinterlistigste. Soll ich dir sagen, was die Eigenschaft eines Teufels ist? Dass er immer zu anderen sagt, dass die die Teufel sind. Und warum hast du mir gerade gesagt, dass ich schlimm geworden bin? Weil ich... Klar sch... Weil du der Teufel bist, deswegen! Nein. Du hast gerade deine eigene Theorie belegt. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Your recollection is entirely synthetic. Nein! Ah! Hast du das gesehen? Ich stehe vor dir mit dem Raketenwerfer. Ja, lass mich durch... Erschießen! Du hast neben mich geschossen oder so, ich weiß auch nicht. Blunder auf deinen Kopf gerichtet, aber trotzdem... Nein! Ja! Man! Man, 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 man! Trotz dann hat er an dir vorbeigeschossen. Ja, nee. Das war vorbei. Ich hab auch gedacht Scheiße Scheiß, aber es war vorbei. Hey, aber der hat das... Hallo! Nee! Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Warum passiert das?! Oh, nein! Was ist das denn? Legt dich einfach hin! Wow! Aber... Mit Sinn? Noch nicht Bock hier fest! Nein! Oh nein! Ich fahr so weit vorne! Unglaublich! No! No! Die Akuma zieht nicht so geil nach oben wie die Iwati, oder? Hast du mich hinbekommen, Deko? Deko geht zu Fuß! Deko geht zu Fuß? Deko? Ich bin vom Motor runtergefallen, ne Flachpfeife, Alter. Rieder Schwanz durch. Hallo, wieso bist du denn hier auf Beleidigung? Hallo? Den errastet gerade so aus. Ey, ich schieße es auch nicht mehr, ich schieße es auch nicht mehr. Ey! Falle ihn ab! Nein, bitte nicht! Okay, bitte! Komm, ich stehe los! Ey! Au! Ich muss sagen, es ist eine Person, die ich hasse. Wen? Deko. Was habe ich denn schon wieder gemacht? Ich weiß nicht, es ist halt einfach so. Leute, wie meiner hier hängt! Mann, Alter! Ist immer noch keiner auf der anderen Insel. Hä? Ich setze mich drauf, er backt sich automatisch runter. Alter! Bei mir sitzt du drauf, Cap. Ja, aber Hammer, Alter! Wie ist das? Ey! Ich war schon, und das Ding ist, man schafft diesen einen Container hinten nicht, weil der nicht so gut Wheelie macht. Das war schon ganz schlimm. Oh Gott, oh Gott! Oh nein! Schafft einen Container da hinten nicht, weil der nicht so gut Wheelie macht! Ja, aber irgendwie, ich habe, also deswegen habe ich doch gefragt, Alter! Marvin, kann es sein, dass die Barty viel bessere Wheelies macht, als das hier? Ja! Obwohl es hier eigentlich eine bessere Beschleunigung hat! Ich kann gar nicht schlafen fahren, das war richtig easy! Aber... Oh shit, was ist denn das? Nein! Oh Leute, erinnert ihr euch noch an zwei, drei, vor zwei, drei Folgen, als ich diese Motorrad-Map einfach absolut nicht geschafft habe? Die wir dann ohne dich hochgeladen haben? Äh, ne, ich habe die auch hochgeladen. Warte... Ah! Aber... Oh, so fühle ich mich wieder. Ja, ich fühle mich auch gerade so. Darfst du dich aber nicht hängen lassen? Jetzt stimmt es, Marvin! Bäm! Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn langsam der Hass hochkommt, dass das Radio sich dauernd ausschaltet. Ja! Ein Update nach dem anderen! Das ist nicht das scheiß Radio, Alter! Das können die einfach nicht! Ey! Es ist nicht wahr! Das zählt nicht! Ey, was ist das für ein Bild? Ihr habt doch Spaß dir, Alter! Leute! Was macht bei mir? Er springt einfach vom Motorrad ab. Ja, das hat meinen auch gemacht, wer die auf dich geschossen hat. Ey, Marvin, willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Wer hat hier gerade auf ihn geschossen, ja? Wer? Ey, ganz im Ernst, ne? Da ist mein Erster und 27 Mal abgeknallt. Lena, du hast es schon geschafft? Ja, ja. Nein! Ich bin auf der Insel. Hm! Wie seid ihr denn in den Container hochgekommen? Ich hab den... Beim letzten Mal voll die 10... Mit dem kleinen Wheelie, das ist echt nicht schwer gewesen. Du musst nur darauf achten, nicht ins Wasser zu fallen. Aber ich hab den Fluch! Musst du das mit dem Magnfilet oder was? Was klappt da? Ich meine auf diesen braunen Container. Motorrad war eh im Wasser. Du musst eh respawnen. Ey, nur auf den ersten! Bitte, bitte! Nur auf den ersten! Alter, du Arsch! Ihr habt ja in der Aufnahme gesehen, Leute. Also beim letzten Mal war das irgendwie merkwürdig. Dieses Mal ging's wirklich echt chillig. Was? Was? Springt der denn die ganze Zeit vom Motorrad ab? Alter, ist das ne kranke geile Map, ey! Die ist richtig geil! Ah! Was soll das denn mal passiert? Was? Hauptsache die Wellen! Die Wellen sind so nervig und ihr seid alle... Was warst du die ganze Zeit so? Ey, Marvin, halt bloß die Schnauze. Du bist die ganze Zeit nur am Rumballer. Alter, warte! Da sind die Wellen! Alter, mal auf! Hallo! Wieso werd ich abgeschossen jetzt? Ich hab nichts gemacht! Ey! So ein Assi, ne? Zerschießen doch die Reifen nach unten. Ey! Ich wollt grad den da wegschießen, du Spasti! Marvin hat sich anders verdient, Alter! Marvin hat sich... Oh Gott! Yes! Was? Was macht ihr denn da? Du bist doch derjenige, der hier trollt! Keilomatiko! Keilomatiko! Ich hab sogar ein Keilomatiko-Pullover an, ne? Nein! Auf dem steht wirklich Keilomatiko, Dana! Dana! Dana macht Werbung! Hier, deine 10.000 GTA-Dollar sind überwiesen worden! Yeah! Danke sehr! Kann man jetzt mal aufhören uns zu trollen? Nein, nie aufhören! Die Wellen waren auch nicht so schwer, Marvin hat halt... Alter! Die Wellen waren auch nicht so schwer! Marvin hat halt... Alter! Diese Stellwurkrabini ist auch ein bisschen schwer! Ey, ich steh... Nein, Tops, Mann! Dana, ich bin wieder an deinem Arschloch! Was? Hör auf! Raus da! Raus da! Ja! Hö! Was macht der da? Nein, Dana, mir die Reifen nicht! Ich schaff's trotzdem! Nein! Ich schaff's trotzdem! Also die Wellen sind echt hart, ne? Ey, Deko, dein Motorrad, das steht hier... Was? Tacke! Ich schaff's, Mann! Oh, Dana, Dana, Dana! Ne, ne, ne! Nicht mit mir! Oh nein, hast du's geschafft? Nein, 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 nein! Der Motorrad hat nicht kaputt, blödes Wasser! Ich hab dir nichts getan! Welle! Oh Mann, Alter! Was? Ich war zuerst hier und jetzt überholen mich alle! So wie bei der anderen Stelle auch gerade eben! Ey, ich war gerade erster! Wenn ich 27 mehr abgeschossen ist, ist das Marvin erster! Ja, der hat's nicht verdient, oder? Er hat's überhaupt nicht verdient! Ja! Findet jeder hier! Mann! Ey! Ey! Das ist das Ziel, Mann! Fickt euch alle, Mann! Diesmal bin ich der König! Mann! Marvin! Alter, hätt ich geschafft, dich abzuschießen! Du verlierst an Sympathiepunkten! Wenn's um Skill gegangen wär, wär Marvin letzter! Marvin hätte nur gewonnen, wenn's um Beleidigungen geht! Was ist mit dir los, Marvin? Ey, ganz ehrlich, ihr habt mich letzteren da alle verarscht, ne? Ihr seid alle vor mir in die Gefahr! Ich habe dir nichts getan! Guck dir, wie er pauschalisiert, Alter! Wie Hitler! Ohoho! Was? Naja! Ich hatte nur ein Problem mit denen und... Oh nein! Lol! Ich hab mich gerecht, Alter! Lol, habt ihr das gesehen? Ich hab's geschafft und die scheiß Welle holt mich weg! Natürlich war das ein Spaß mit Hitler für alle, die jetzt meinen Kommentator zu haten! Alter! Man kann ja auch mal Witze machen, hm? Mann, Alter! Wieso schaffest du denn nicht mal mehr auf diese Kack-Plattform rauf? Ey, vor allem, da ist kein Wasser und der springt ab, als hätte ich ihn Wasser erwischt! Ja, bei mir auch! Es ist so behindert, er wirft sich immer so krank ab, ne? Ja, weil er denkt, oh, Wasser, ich kann nicht mehr! Ey, Dena, ne? Wenn die Hände runtergeschubst würden! Oh! 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 Es ist zum Mäuse, mate! Dena, nimm's nicht so schwer, hättest du's draufgeschafft und die hier runtergeschossen! Oh! 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 Wie doof war das denn? Ey, hör auf! Ich würd schon sagen! Oh, Mann! Deko cheatet! Deko, hör auf! Deko ist in dem... Was? Krabbel die Eier, Alter! Du darfst nicht schwimmen! Hallo, bin ich vielleicht hier hinten oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ein einziges Stück! Hauptsache, Mabossa schreit irgendeine Scheiße und dann wird wieder direkt rumgehatet! Ja, Mabossa, wieso lügst du? Du bist trotzdem sehr übel! Ich bin grad der Teufel! Ich will euch anstacheln! Alter, diese Welt wär doch immer heftiger, hab ich das Gefühl! Guck dir das Hammer mal kurz! Und du wirst jetzt runtergestoßen, oder? Ja, geil! Ja, genau! Das ist doch fies! Ey, ich glaub, Marvin hat echt Glück gehabt bei jetzt so'n Unwetter! Alter, aufzieht, Alter! Ja, ja, wir auch! Guck dir das Hammer, wie hoch die Welle sind, Alter! Die werden immer höher! Man, ich hasse das! Das ist so scheiße! Ey, ich war schon an der letzten Rampe und dort hat mich eine unsichtbare Welle vom Motorrad geholt! Unsichtbare Welle vor allem, halt die Schnauze! Oh! Deko, das sieht gut aus! Oh, Alter! Finally! Guck dir das an! Da war wieder so'ne Welle! Ich fahr ganz normal und da war so'ne Welle! Ich flieg weg! Deko ist einfach mal... Warum?! Das ist eine schwere Stelle gewesen! Weil da war bei mir auch alles unter Wasser! Egal! Dena, wir geben nicht auf! Wir kriegen das hin! Nein, das Schlimme ist, diese erste Rampe buckt so richtig krass rum! Ja, ja, jetzt buckts auf einmal! Nein, guck dir das war richtig krass! Wenn ich das sage, ist das nur Mimimimimio bei dir buckt! Was schaffst du denn jetzt?! Kev, grad sind die Wellen gut! Grad sind die Wellen gut, Kev! Der Wellengang ist gut? Ja! Scheiße! Ich war vorbei! Surfer Dena sagt, die Wellen sind gut! Alter, was für'n Unterschied! Also mal bitte einfach durchgefahren, Kevon in die Wellen! Äh, Deko! Wirklich! Don't do it! Ey! Okay! Lol! Und mein Motorrad liegt da einfach... Deko hat officially... Officially gescheated! Es hat officially gebugt, alter! Officially gescheated, alter Arschloch! Guckt euch das Video einfach an! Ja, aber dann ist es trotzdem nicht geschafft! 60 Kilometer in die Höhe! Wenn ich sowas sage, ist es immer Mimimimio bei dir in Höhe! Dann ist es ein Bug, der richtig ist! Dann ist es aber trotzdem nicht geschafft, wenn du den Punkt nicht kriegst! Dena hat der Wellengang ist... ... wieder scheiße! Ich hab' gar keine... Guck dir das an, diese fette Welle, alter! Ich kann's gar nicht! Hol' mir die Nüsse, du! So, Deko letzter Platz, weil er gescheated hat! Ja, Deko letzter Platz! Deko, wieso hörst du auf? Ja, scheiße! Cheater! Ey! Und dann noch so'n Bad Play und geht da weiter... Ah, was war das denn, bitte? Wovor er in die Luft geschleudert, alter! Ja, das hat Deko ja auch! Und dann ist er in den Punkt geschwommen! Dann ist er ja... Ne, ne, sowas mach ich nicht! Also, das war jetzt nicht... Also, ich hab's jetzt auch geschafft bis hierhin, aber dass Deko ins Ziel ist, wieso? Au! Was war das? Deko, wieso ins Ziel? Ich wusste, Dena war hinter mir! Nein, überhaupt nicht, Deko! Dena ist genau bei mir! Dena war hinter mir mit dem Raketenwehr, weil er mich geschossen! Ja, damit du es nicht schaffst, du Cheater! Ja, jetzt wisst ihr, wieso wir es nicht beendet haben! Da können wir jetzt aber noch auf jeden Fall was dazu machen! Wir machen eine zweite Map mit dem Hate nicht zu ernst! Deko wird auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ordentlich mit C4 der Arsch aufgerissen! Tja! Und dann sehen wir uns in einer Sekunde! Bis gleich! Bis gleich! So ihr Lieben, zweite Map, neues Glück! Wir sind an einem Jump Race 02 am Start und ich bin gespannt, wie das Ganze wird! T20, Wendy, 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 Bamm, Bamm, Bumm! Ja, wir brauchen schnelles Ordner! Knallgas! Knallgas, Jungs! Knallgas! 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 Ja, halt ne Klassiker, Alter! So, 67% Weiterempfehlungsrate, es wird also nicht ganz so leicht! Ich denke mal, wir kriegen das alle hin, wir haben alle Skill, wir sind alle gut drauf! Link zum Rennen in der Beschreibung! Und vor allem, Marvin stinkt heute mal ein bisschen weniger als sonst! Marvin schickt nochmal die Kacke! Mann, die starte Kacke! Nach Moschus! Haaaaaaah! Ah! Yo, Windschatten in der Luft! Ey, wenn du mich jetzt runter schockst! Alter! Ey, Leute! Wuhuhuhu! Nedermann! Haha! Alter, wir sind voll die guten Leute! Hey! Oh, hey, oh, hey! Ah! Oh, nein! Ja! Nein, ich bin explodiert! Shit! Das sieht man gerne! Das sieht man gerne! Ich bin nicht explodiert! Shit! Nein, was ist denn los? Was zum Teufel? Oh, Leute! Ich liege auf diesem Forensic-Zild! Forensic? Oh! Try hard den! Yo! Ich blocke den! Oh! Das ist nicht dein Scheiß! Das ist nicht dein Scheiß! Sag mir ernst! Alter! Ich bin über das Haus davor geflogen und hab dich im Flug abgefallen! Ja, und jetzt war Wasser auch noch! Es ist denn der! Hallo! Hallo! Ja, Wasser hallo! Hallo! Bewegt euch doch mal! Mann! Alter! Ich war erst da und nur ne Scheiß! Und wann fahr ich denn? Alter, ist das tot! Okay, dann müssen wir jetzt nen Anstrung holen! Das ist ne Zuckermap! Richtiges Zuckermap! Ja! Ich hab ihn! Nein! Ja, ich bin einmal geflogen, dann hab ich gesehen, passt nicht, dann hab ich ne Runde gefahren! Dann musst du ne Runde gefahren? Einmal Runde auf dem Parkhaus-Deck im Kreis gefahren, dann ging's! Aber ich hab das Gefühl, dadurch, dass man so um die Küche schwährt, da hat man noch weniger Speed! Ich kann nur sagen, es hat geklappt! So hat's geklappt! Das klappt auch! Oh! Shit! Loll! Ich bin auf der Lampe gelandet! Genau davor! Hä, wie muss man sich denn nochmal das Auto in der Luft stellen, damit das am weitesten fliegt? Papa hat's auch, Mann! Also, manche sagen nach vorne, ich weiß aber nicht warum! Nach vorne? Oder so, dass es sozusagen senkrecht in der Luft steht! Wie ein Strich! Ich hab das Gefühl, dass man eher nach oben halten muss! Genau! Also Wheelie-mäßig! Uuuuuh! Ich hab grad nach unten gemacht, dass er was schlechter als Wheelie! Echt? Echt? Das hab ich so auf den Kommentaren mal gelesen! Ha, ich hab den Punkt bekommen, obwohl ich nicht ganz oben war! Geil! Los! Okay, ich hab auch einen guten Sprung! Nice! Hat die auch einen guten Sprung! Auch geschafft! Nein! Was war das denn?! Na, wie fahr ich? Kann ich beschleunigen? Los! Uuuuuuuuuh! Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Da vorne sitzt schon... Bitches! Was ist los, Deko? Ich hör nur Deko, schmeiß ne random Beleidigung. Bitches! Was heißt das? Ja, das heißt, er ist im Ziel! Was? Ich bin im Ziel! Erster! Natürlich nicht, ihr Flachpfeifen. Ja, aber ne Beleidigung einfach nachhauen, ne? Flachpfeifen, Bitches! Ooooooh! So wird mich explodiert. Alter, wie weit ist denn dieser Scheiß? Sprünge jedes Mal hier bitte! Das ist aber geil! Mann! Nein! Oh shit! Ich hab den Wegpunkt gekriegt. Nice und zurück. Was? Ich bin Vierter, das kann nicht sein. Ich kämpfe hier um mein Leben. Ja, haben wir! Aber... Wieder studiert! Ihr seid so schnell! Was ist los? Alter, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe und ich komme noch ziemlich ran da! Bleib doch mal stehen da vorne! Ja! Jetzt ist es nicht im Weg stehen bleiben! Das hast du falsch verstanden! What the fuck? Alter, stehst du immer noch im Weg? Wenn du jetzt immer noch im Weg stehst... Ich würde sagen, Deko ist mit Abstand der Erste. Oh shit! Ey, diese Hauskurve finde ich richtig kompliziert. Oh... Oh... Fuck! Was kommt denn hier alles wo fast? Fuck nicht! Das ist nicht ein Feind hier zwischen dem... Komm schon! Nice! Das war echt nicht leicht. Und dann kommt man gegen eine Kante, die eigentlich nicht da ist. Oh ja... Genau, Kev. Das sind immer Kanten, die eigentlich nicht da sind. Oh, jetzt habe ich es! Sollen! Du hast doch einen Bug! Das ist ein Bug! Das ist ein Bug! Ich sag doch bei... Wenn Deko das sagt, das ist ein Bug! Bei mir ist es dann ein Rumgeheule, ne? Ganz klar! Ey, Alter! Ich spring auf die Rampe und werde sieben Kilometer in die Luft katapultieren! Da habe ich geprüft! Kinder, bleiben Sie stehen! Ey, wir wollen Sie bestimmt nicht stehen, ey! Alter, was ist das jetzt für eine Rampe hier? Alter Schwede! Nein! Ich habe Marvin eingeholt! Also, ich finde, so leicht nach vorne lehnen, man kommt viel weiter. Ach, Mann! Ja, aber direkt nach vorne! Ach, Schiff, du bist weiter nach links! Komm schon! Boah! Ach, drauf gekommen! Oder? Alter, mein... Dadurch, dass Kev mir die Reifen zerballert hat, bin ich richtig am Marsch! Alter, ist direkt hinter mir! Ah, fick dich! Der Zerschießer hat zugeschlagen! 200 Platz! Nein! Und das Geile ist, weil die Map so viele Kurven hat, konnte ich richtig Boden gut machen, sodass er mich nicht abschießen kann zurück. Yes! Ich habe schon wieder hier verkackt. Oh, wie peinlich! Oh, hier verkackt! Jeder fährt genauso schlecht wie ich! Nooo! Please! Nee! Oh, sag nicht! Ist Diko nicht jetzt langsam am Ziel? Ja, ich bin langsam am Ziel, ja, aber... Fuck! Nein! Das ist nicht wahr! Wie kann ich so ein Glück haben? Das kann ich überhaupt noch schaffen! Loll! Geht da noch etwas schweres? Äh, Diko? Bitte? Noch irgendwas schweres? Äh, ein riesiger Penis kommt ja noch. Es kommt auf jeden Fall viel Spaßiges, das muss ich einfach mal sagen. Geil! Ich finde es Hammer! Hallo, ballert euch da! Nein! Please! Alter, wir wollen uns das Todeskopf an Kopf brennen, hat man gar nicht Zeit zu ballern! Nein! Ja! Ich hab gerollt! Ja, Alter! Nein! Stopp! 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 Jetzt ist dein Ziel! Nein! Alter, was ist das hier? Ich muss dener einholen! Nein, nein, musst du gar nicht! Ich bin wieder verkrankt! Marvin, es geht doch besser! Wollte grad sagen! Ich hab da aber ein bisschen Anlauf genommen! Nee, 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 nee! Oh! Okay! Oh! Ich seh das Ziel! Ich seh das Ziel! Ich seh das Ziel! Soll ich hier auf den Balkon? Nein! Aber ganz ehrlich, nach vorne lehnt, Marvin! Nach vorne lehnt, Marvin! Diko, hast du dir Anschwung genommen auf dem letzten großen Tag? Marvin, hier einmal hinter den Bauen! Geradeaus, geradeaus! Einmal im Kreis! Einmal im Kreis! Fack ist der Marvin! Nein, dass du mich nicht abgeschossen hast! Nein! Marvin, einmal im Kreis fahren! Oh! Was?! Ja, jetzt go! Nein, 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 nein! Der Deka! Der Dena ist auf! Der Deka! Der Deka! Wiko und Zena gemischt! Oh! Oh! Bitte, lass mir ins Ziel! Hättest du auch skillige C4 noch werfen können, ne? Yes! Zweiter Platz! Hab ich's geschafft? Ich hab's ja vorgeschafft! Ich hab's ja vorgeschafft! Kev spring daneben, aber Marvin schafft's auch nicht! Hä? Ich glaub ich muss nicht so weit springen! Ach Marvin, please! Das ist jetzt easy schaffen können noch! Fuck have! Loil, was ist das denn hier? Nein! Beide schaffen! Ey, was macht ihr denn da? Oh nein! Nein, 90 Sekunden aufhalten! Wir müssen genau gerade über alles überspringen, Jungs! Komm schon! Oh, ich kann nicht beide! Nein, ich kann's nicht beide nicht mehr schaffen! Und vorbei! Nein! Das war eine Sekunde vorm Ziel, oder? Springen muss! Habt ihr das gesehen? Ich war sogar im Zielpunkt noch drinnen, als nie beendet stand! Nie beendet, Kev! Das zählt! Also, wenn ihr das ausspielen wollt, Link ist in der Beschreibung zum Selberspielen mit den Freunden! Jo! Definitiv! Däumchen nach oben! Das war eine sehr coole Map, muss man sagen! Das war eine richtig coole Map! Definitiv! Danke fürs Zuschauen! Schönen Tag euch! Bleibt geil und macht's gut! Bis dann! Ciao, ciao! Bis dann, macht's gut! Ciao, ciao!